Musik Herzlich Willkommen zu meinem 5. Infovideo. Ich werde am Sonntag den 23. Juli 2017 ein Livestream von GTA 5 LSPDF A machen. Des Weiteren werde ich vom 25. Juli 2017 bis zum 6. August 2017 eine kleine Sommerpause machen. Ab dem 7. August geht es dann wieder weiter mit RetroRights 3. Ihr könnt jetzt links und rechts meine letzten GTA 5 LSPDF A Videos anklicken. Und dann sage ich bis zum nächsten Video und ciao.